Ein Kunde bestellte im Auftrag hier Ein Gesangspult in Vollröhrentechnik Mit integriertem Reverb Weil er das Singen mit modernen Anlagen light war Ich habe ja schon mehrere Pulte im Programm Die auch sehr gut angenommen werden Das 802 Pult Hauptsächlich auch Recording orientiert Wie die anderen Reusenzähnen Mikrofonvorbestärker Aber das ist jetzt eines der tollsten Sachen Die ich gebaut habe Weil hier auch die ganzen Erkenntnisse einfließen Also klitzeklein in einem Flightcase Auch eigentlich ganz leicht Vollröhrentechnik Freie Verdrahtung Man hat pro Kanal hier eine eigene Röhre Die auch langlebig sind Und schnell wechselbar sind Und im Summenteil sind hier nochmal drei Röhren Einmal für die Send-Einrichtung In den Reverb und den Monitor-Send Und hier die Return-Stufen Die auf das Master-Teil gehen Hier im Master-Teil Über XLR oder Stereo-Monoklinke Anschließbar die Endstufen Es ist ja in erster Linie ein Live-Pult Weil wie gesagt Da die Fragen oder die Anfragen sich mehren Weil viele Leute den sterilen Klang Moderner Mixer oder Power Mixer einfach satt haben Ich persönlich komme ja aus einer Zeit Wo man auch diese ganz klassischen Sachen Noch benutzt hat Zum Singen und für Akustik-Gitarre Und man muss sagen Tonal war das einfach anders als heute Es war auch einfacher zu bedienen Genau wie hier Man hat pro Kanalzug Eine XLR-Buchse Mit symmetrischem Eingang Für das Mikrofon Oder die Gitarre Mit schaltbarer 48 Volt Phantom Power Dann einen Klinken- oder Line-Insert Dann eine klassische Gain-Regelung Dann kommen wir hier Als Anordnung Sitzt hier die Röhre Mit zwei Trioden Also einer Doppeltriode Man hat pro Kanal Einen Reverb-Send Einen Monitor-Send Und hier die Equalization Treble und Bass Man kann das auch mit Treble, Middle und Bass Ausstatten Aber die Erfahrung bei Röhrenpulten zeigt Dass man den Mittenregler Da relativ fest einstellen kann Weil die Mitten sowieso Sehr sehr gut Übertragen werden können Aber man kann problemlos Hier auch noch einen Mittenregler Der einfach zu bedienen ist Also das ganze Ding Klingt schon von Haus aus sehr gut Man hat dann pro Kanal Natürlich hier den Volume-Regler Der dann auf die Summenschiene geht Und über das Master-Teil Zusammengefasst wird Der Onboard Reverb Ist mit dem Reusenzähn-Hallgenerator Der ja schon in vielen Geräten Von Reusenzähn sitzt Integriert Und das ist ein sehr großartiger Sehr guter problemloser Hall Hier haben wir den Sand für den Monitorweg Und zwei Return-Regler Für die Hall-Retonierung Die dann hier wiederum Auf zwei Mischtrioten geht Und hier zwei Output-Regler Beinhaltet Ja, ganz einfach zu bedienen Problemlos Mit einem externen Netzteil Ähm, ja Die Netzspannungen Die hochwertig Alle separat Erzeugt werden Werden hier mit einem Großen Hirschmann-Stecker Angekoppelt Der leicht Zu öffnen ist Ja, ja Und das Netzteil Ist hier separat In einem Stabilen Gehäuse Integriert Mit Euronetz-Stecker-Sicherungen Und das hat einen Griff Zum Tragen Und passt noch In das Flightcase Mit hinein Zur Feier des Tages Habe ich jetzt hier Natürlich ein Original Shure Micro 545 SD Revolver Mic Angeschlossen Das ist das Micro Was unter anderem Frank Sinatra Und Sammy Davis JR Viel verwendet haben Weil das sehr robust ist Das ist der Vorläufer Vom SM57 Und man kann den Klang Ja im Internet Überhaupt nur erahnen Wichtiger Als die eigentliche Klangdarstellung Ist ja bei diesen Röhrensachen Die Wie sich das dann Einfach anfühlt Und die Erfahrung Des Singens Und Arbeitens Langjährig Meinerseits Mit Mic Mic Röhrenvorverstärkern An Slave 200 Endstufen Weil ich habe schon lange Keine modernen Power Mixer Auch persönlich verwendet Ist die Dass das Singen Über längere Zeiträume Auch wesentlich Relaxter Und unangestrengter ist Man hat einen ganz anderen Sound Das ist einfach Einerseits ein bisschen schmutziger Andererseits Halt auch Einfach entspannter Als modernen Anlagen Und ich drehe das jetzt mal hier auf Test 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 Hey 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 Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Eiz Kästen Zwei Halt Was im Normalfall nicht nötig ist, weil die Röhren kommt man ja von oben dran, braucht man nur vier Schrauben zu lösen und kann dann das komplette Hauptbord hier rausnehmen und kann es einfach auf den Tisch stellen. Hier sieht man den extrem kurzen Verdrahtungsweg mit der freien Verdrahtung, also wir haben ja hier den Eingangsbereich mit den hochwertigen Mu-Metall Übertragern, dann die Summschäne für die Phantom Power, die Röhrenanordnung und hier die Regleranordnung, die alle direkt und ganz kurz verdrahtet sind. Wird dann hier zusammengefasst mit hochwertigen Folienkondensatoren entkoppelt und hier haben wir den Summenteil mit dem hochwertigen Reusen 10 Hallgenerator, der sehr problemlos und erschütterungsfrei auch arbeitet und den Masterteil. Voila!